Das hier ist keine gewöhnliche Bäckerei. Ja, es dreht sich viel ums Brot, aber eben auch um Wein. Das Konzept in Julia und Pascals Brutal war für manche erst mal verwirrt. Die konnten uns nicht in eine Schublade reinstecken. Und das hast du am Anfang gemerkt. Was ist das? Wo gehe ich hin? Da kann ich Brötchen kaufen? Da sind doch Weine auf dem Regal.